Ja, herzlich willkommen zurück zu den neuen Abenteuern, neu in Anführungszeichen von Johnny Thunder. Diese Minifigur hat auf jeden Fall, was die Lego-Welt angeht, mehr erlebt als alle anderen zusammen, würde ich jetzt mal sagen. Im ersten Teil haben wir uns ja schon die Wüstenserie angeguckt, die für mich tatsächlich der Favorit eigentlich ist. Aber die Dschungelserie und vor allen Dingen, hatte ich auch in den Kommentaren gelesen, die Dino-Serie, fanden einige auch ganz cool. Deswegen machen wir damit jetzt einfach mal weiter. Ich habe jetzt beide Serien zusammengenommen, sonst hätte ich noch einen vierten und vierten Teil machen müssen. Es kommt ja dann auch noch ein Teil. Da geht es eher in die Schneelandschaften, in Himalaya. Wir kümmern uns jetzt, ich habe das so ein bisschen alles zusammengefasst. Einige Sets kann man auch schnell abschließen, weil das so kleine 3-Euro-Sets damals waren. Da war eine Minifigur und ein bisschen Spielkram drin. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und am Anfang haben wir hier die Forscherin. Ich weiß, die hatten alle Namen, aber da bin ich jetzt nicht mehr so ganz taufrisch. Aber das Coole an diesen kleinen Sets war, man hat Tiere drin gehabt. Man hat dieses Aztekengold gehabt, hier diesen Diamanten, diese bedruckte Schatzkarte und diesen Rucksack vor allen Dingen mit einer Waffe. Genauso bei diesem Floß hier. Man hat eigentlich in fast jedem Set die gleichen schönen Teile gehabt und man konnte für 3-6 Euro, ich meine ein paar Sets davon haben auch 6 Euro gekostet, so in dem Dreh, konnte man richtig schöne Sachen schon haben. Gerade hier dieser Tiki oder Indianer-Häuptling mit dem coolen Kopfschmuck, mit dem Gesicht-Print, mit dem Körper-Print, die Beine sind geprintet, mit diesem Totem oder was das sein soll. Also es wird wahrscheinlich Aztekenthema sein, sag ich mal. Das sah aus wie Aztekengold. Finde ich total klasse. Hier haben wir so ein zweipropelligeres Flugzeug. Schweres Wort. Ich habe mir damals schon erzählt, ich mochte Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Und dieses Flugzeug, die Segans, das hat ja auch zwei Motoren quasi in Propellerform. Das heißt, jedes Flugzeug eigentlich, was so ähnlich war mit zwei Propellermotoren und so, war für mich ein Highlight. Das Set habe ich damals auch tatsächlich gehabt, auch aus dem Grund. Super zum Spielen. Das Set hier ist, den Jeep erkennen wir natürlich, der ist ein bisschen abgewandelt, aber ist genauso in der ägyptischen Serie natürlich vorgekommen. Das Formteil ist diesmal grau von den Sitzen. Man hat einen coolen Aztekentempel, man hat diese coole Kamera, auch sogar mit einer beprinteten Fliese. Man hat diese Chromdolche, auch wieder so eine Schatzkarte und auch coole Minifiguren, also die extra für die Serie erschaffen wurden. Das Zeppelin Set ist natürlich auch ein riesengroßes Highlight. Das habe ich leider nie gehabt und das ist auch wahnsinnig teuer, wenn man das jetzt auf den Zweitmarkt kriegen möchte. Ich weiß gar nicht, ob dieser Zeppelin komplettes Formteil ist. Also es sieht auf jeden Fall so aus. Oder ob das aus Stoff war. Kann mir gerne, wenn irgendwer von euch das hatte, können wir gerne in die Kommentare schreiben. Auch ein klasse Set. Auch wieder schöne Minifiguren mit diesem Aztekengold, mit dem Anker. Das ist, also sowas hätte ich gerne damals alles gehabt. Das war zwar meine Zeit, aber es sind natürlich auch so viele Sets, dass man die nicht alle sammeln konnte. Genau wie das hier. Das erinnert mich halt, ich weiß nicht, ob einer Tim und Strutti, äh, Tim und Strutti, ich sage schon, Tim und Strutti im Sonnentempel. Das erinnert mich alles auch so ein bisschen da dran. Das war ja auch im Dschungel. Und, also es ist einfach wirklich ein schön, ich habe es schon mal gesagt, auch bei den Ägyptensets, diese Boxarts sind einfach genial. Hier hat man auch diesen Affen dabei. Ein cooles Board, so einen coolen Aztekentempel. Da sind auch viele Figuren jetzt wieder drin, die wir vorher schon hatten, auch in den Einzelsets. Genauso wie bei dem hier mit dieser Baseplates. Die wurden ja damals auch für die Bohrungen benutzt und für Raumstationen, etc. So ein bisschen immer anders. Aber auch mit dieser Hängebrücke ist es natürlich sehr cool. So ein Tempel-ähnliches Gebilde, sage ich mal. Die Farben, auch wenn das alles kunterbunt ist, ich finde, das passt trotzdem sehr gut zu der Serie. Also man konnte, egal was man cool fand, wirklich ganz gut sich ein paar Sachen zusammensuchen, was man mochte, konnte das zusammenwerfen und dann hat man eine schöne Spielwelt gehabt. Genauso ist es, oder so ähnlich ist es jetzt in dieser Dinosaurier-Welt, die jetzt kommt. Da gab es so kleine einzelne Sets, aber da hat man hier auch schon für so ein 3-Euro-Set oder 4-Euro-Set hat man schon einen kleinen Dino gehabt. Johnny Sunder natürlich. Bisschen Zubehör, Waffen, eine Spitzhacke, ein Sechstahn, ein Fernglas. Ganz cool. Es sind natürlich so was hier, das ist natürlich eigentlich Quatsch. Also braucht man nicht vielleicht für die Minifigur, sage ich mal, so wie es heute ist bei Star Wars oder bei Herr der Ringe damals, dass man jede Figur einmal gesammelt hat. Aber das sind natürlich so Sets, ja, die sind ganz nett für kleinere Kinder, aber es ist nichts wirklich, womit man was anfangen kann. Also hier sind ja nicht mal mehr diese kleinen Dinos drin. Genauso wie in dem nächsten Set hier mit dem Professor. Das ist halt einfach so ein, klar, da ist die Kamera mit bei, aber ist jetzt auch kein großes Highlight. Davon haben wir hier in der Serie ein bisschen zu viele gehabt. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man davon ein paar hat, aber drei, vier reichen. Hier ist natürlich wieder cool mit dem Flug-Saurier, aber so an sich kann man mit dem Rest eigentlich nicht wirklich was anfangen. Immer so kleine Fahrzeuge, kleine Boote, kleine Schiffe. Hier mit dem Professor wieder so ein kleines, so ein kleines Fahrzeug. Baron von Bronn mit seinem Dino, ist, oder Baron von Baron, irgendwie so. Auch wieder mit dem Dino, ist auch ganz cool. Auch so ein Set. Viele, es ist Geschmackssache, viele fanden wahrscheinlich diese Dino-Serie auch cool. Gerade wegen Jurassic Park damals und alles. Also für mich ist das bis jetzt, was wir jetzt gesehen haben, die schwächste Serie, finde ich. Also die Wüstenserie ist auf jeden Fall mein Platz 1, da kommt auch nichts dran. Dann die Dschungelserie ist aktuell Platz 2 und das eher gerade auf dem letzten Platz. Aber ich glaube, die Dschungelserie wird von der letzten Serie noch ein bisschen überholt. Was auch ganz cool ist, ist hier dieses Kettenfahrzeug. Das sieht einfach ganz cool aus. Aber da sieht man halt auch, dass alles älter ist. Wenn man da hinten so hinguckt, diese Felsformation, das sind natürlich nur ein paar Steine übereinander. Das ist, das sieht nicht wirklich aus wie irgendwie so eine Felsformation, die da im Berg ist. Und da ist natürlich wieder ein Flugzeug. Das habe ich auch gehabt, tatsächlich. Also ich sage jetzt nicht bei jedem Set, was ich gehabt habe, dass ich das auch gehabt habe. Aber das ist halt wieder so ein bisschen Kindheitserinnerung. Da habe ich immer das Heck umgebaut, damit das auch so aussah. Müsst ihr euch mal angucken, die Bilder davon von dieser Seegans, von diesem Flugzeug. Das war wie so ein Quadrat, was hinten noch dran war. Und da habe ich eigentlich jedes Flugzeug, was ich hatte, immer umgebaut. Und das hat sich auch ganz gut dafür angeboten. Die drei letzten Sets, sage ich mal, sind natürlich ganz cool, weil hier schöne Dinos dabei sind. Ein Stegosauria, ein Triceratops, genau. Oder Triceratops, je nachdem, wie man es sagen möchte. Aber so die restlichen Sachen sind für mich also nichts, wo ich sagen möchte, cool. Das Set ist natürlich hier noch ganz cool. Das ist aber auch schon wieder so ein bisschen, erinnert schon wieder ein bisschen an Jurassic Park, gerade mit dem Schiff. Das war ja auch im ersten, ja, ich glaube im ersten oder am dritten Teil von Jurassic Park, meine ich. Bin ich mir jetzt aber gerade auch nicht sicher. Aber ist natürlich cool. Der Tyrannosaurus, auch wieder der Triceratops. Das sind schon coole Sachen. Für mich aber jetzt nicht so die Mega-Highlights. Also da seht ihr auch, ich schwärme immer von dieser Serie von Johnny Thunder, wie cool ich das alles fand. Aber es gibt natürlich auch schwächere Sets davon. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Es schwimmt immer ein bisschen mehr Nostalgie mit. Das wird heutzutage auch so sein, mit Sachen, die vielleicht ein bisschen schwächer für andere sind. Aber wenn Kinder damit aufgewachsen sind, dann hat man da noch ein bisschen andere Erinnerungen. So, das Top-Set hier. Da hatten wir quasi alles nochmal zusammengeworfen. Also man hat den T-Rex wieder, den Stegosaurus. Man hat aber auch hier kein einziges Set, wo alle Dinos drin sind. Das ist ja heute bei Jurassic Park oder Jurassic World. Noch schlimmer. Da kostet ja eins halt irgendwie 60 Euro und da ist dann ein Dino drin. Und es gibt drei, vier, fünf Sets davon. Da muss man irgendwie 300 Euro oder 350 Euro ausgeben. Listenpreise aus dem Katalog, dass man alle Dinos zusammen kriegt. Ist jetzt nicht so meins. Ich mag zwar den Jurassic Park Film, den ersten Teil richtig gerne. Aber wir haben damals so Kunststoff-Dinos gehabt mit Kunststoffpflanzen. so Gummi-artig, sag ich mal, dass man die auch verbieten konnte. Und das war natürlich ganz cool. Da haben wir uns so eine Welt aufgebaut. Also es war auch nichts von Lego. Und da hat man halt richtig, richtig viele Dinosaurier gehabt. So hat man hier, ja, wenn man alle Sets sich kauft, hat man vielleicht sieben, acht, neun Dinos in dem Dreh. Und es sind halt dreimal, viermal die gleichen. Aber für die, die es cool fanden, ist es eine schöne Serie. Und Johnny Thunder, ich glaube, da ist, wie gesagt, für jeden was dabei gewesen. Also Wüstenwelt gab es, Dschungelwelt gab es. Hier, das sind ja diese Insel-Sachen gewesen. Ja, Insel ist natürlich auch wieder Jurassic Park angelehnt. Und dann, was ich noch persönlich richtig cool fand, das kommt dann im nächsten Teil, ist das Himalaya-Thema. Dieses Schneelandschaft und Drachenfestung. Diese Drachenfestung kann man nicht bezahlen. Die liegt gebraucht bei 200 Euro. Neu weit über 300 Euro. Das ist natürlich schon krass. Aber es sind auch coole Sets. Also die könnte man heute immer noch rausbringen und die werden immer noch cool. Aber da gehen wir natürlich beim nächsten Mal dann eher darauf ein. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen, dieser kleine Rückblick. Ich habe auch mal vor, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ein paar ältere Kataloge mir anzugucken. Ob wir die dann mal zusammen hier angucken. Oder ob das für euch nicht so ist. Ich warte eigentlich immer noch auf den Winterkatalog jetzt, den aktuellen von 2020. Ich habe den zum Release-Datum eigentlich auf der Website bestellt. Ich habe auch schon zweimal bestellt. Ich habe bis jetzt immer noch nicht gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt noch kriege. Ich hoffe es mal. Den werden wir uns dann auf jeden Fall auch nochmal zusammen angucken. Auf jeden Fall Katalog-Videos. Das ist was, worauf ich mich richtig freue. Ansonsten wird es halt der Katalog fürs erste Halbjahr 2021, den wir zuerst vorstellen. Was haltet ihr von der Serie? Was haltet ihr von Johnny Sunder? Er ist cooler als Indiana Jones. Das wissen wir ja alle. Er hat mehr erlebt. Er hat mehr drauf. Das ist einfach so. Nichts gegen Harrison Ford. Harrison Ford ist natürlich ein genialer Schauspieler. Und die Indiana Jones Filme sind auch klasse. Aber Johnny Sunder ist ein Held meiner Kindheit gewesen. Und der konnte auch überall. Der konnte auch im Western in Ritterburgen. Piratenschiffe. Der war eigentlich überall immer dabei. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Ob ihr diese Serie vielleicht aus eurer Kindheit noch kennt oder nicht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis bald.